Bitte einen Schritt nach vorne, die Startnummer 48, bitte einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach vorne. Dann erste. Dankeschön. Und jetzt bitte ganz nach hinten an die Reihe, nein, ganz nach hinten an die Reihe, hinter die 57. Hier, links von dir ist die 57, du bist die 58. Dankeschön. Ich stelle die Athleten vor, mit der Startnummer 19, der Ali Gern vom Fit One in Hamburg, mit der Startnummer 48, der Rauche Meier vom Class Gym Emending, mit der 49, der Abdeck Dennis vom Evolution Fitness Ergenzingen, mit der 50, Karl Samuel Mauerbach vom NDRF-Leistungszentrum, mit der 51, Kuran Hüsse vom NDRF-Leistungszentrum, mit der 52, Max Bartschat von Evolution Fitness in Ergenzingen, mit der 54, der Maximilian Hauptmann vom Powerhouse Gym in Oergen, mit der 55, der Andrea Ligera vom Powerhouse in Ludwigskim, mit der 56, Kinn Lackmacher von mein liebiges Team Nemesis, 57, Michael Reiner vom Evolution Fitness, mit der 58, der Bartasch-Lori vom DWF-Leistungszentrum. So, Startnummer 52, 54, 55, 56, 57, 58, einen Schritt nach hinten, nach hinten. Genau, hier rückt auf. Eine Vögeldrehung nach rechts. Eine Vögeldrehung zurück in Ansicht. Eine Vögeldrehung nach rechts. Und nochmal seine Vögeldrehung zur Frontansicht. Dankeschön, meine Herren. Ihr dürft rechts von euch auf die weiße Linie. So, Startnummer 52, 58, nach vorne treten, auf die weiße Linie. Und eine Vierfinger bitte an die Höfe und die Startnummer 56. Dankeschön. Von Bremen nach rechts. Vögeldrehung zur Rückenansicht. Vögeldrehung zur Rückenansicht. Vögeldrehung nach rechts. Vögeldrehung nach rechts. Lachen! Lachen! Und zur Frontansicht. Dankeschön, meine Herren. Ihr dürft auf die weiße Linie. Ja! Vögeldrehung nach rechts. Wir kommen zum ersten Vergleich. Der Kampfrichter. Nach vorne darf die Startnummer 51, der Bora. der Max mit der 52. Der Gremi mit der 55. Der Tim mit der 56. Der Gremi mit der 57. Der Gremi mit der 57. der 50. Der 10�лом 65. Der 50. Die 5. Dann legt ihr das am Park象druck 36. Dermatвndressen. Ja, danke. Nein, nicht nach hinten laufen. Wieder aufbinden und den auch einfach nur ein bisschen tiefer halten. Dankeschön. Eine Vierteldrehung nach rechts. Eine Hand an die Hüfte, die Faktos. Vierteldrehung nach rechts. Und nochmal an den Mackasch die Hose bitte hochziehen. Auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite auch hochziehen. Und von der Sicht. Dankeschön, meine Herren. Steht bei uns. Startnummer 54 wird sich mit anderen Athleten auf seiner Rechten aufgerufen. So, jetzt dürft ihr links von euch auf die weiße Linie nach oben. So, ab eben mit der Startnummer 19, 48, 49, 50 und 54 bitte nach vorne auf die weiße Linie. Bitte in der Reihenfolge bleiben. Nicht weglaufen, 48. Eine Vierteldrehung nach rechts. Eine Vierteldrehung zur Rückenansicht. Hand an die Hüfte bitte. Dankeschön. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und nochmals eine Vierteldrehung zur Frontlandseite. Dankeschön, meine Herren. Bitte von eurer Seite aus drei Schritte nach rechts. Dankeschön. Noch ein Stück mehr? Ihr seid super. Ihr habt noch einen Applaus verdient, oder? So, das war die Klasse der Meldsphysik. Eins der Vorentscheid. Sechs von euch sehen wir nochmal im Finale. Dankeschön, ihr dürft die Bühne verlassen. Danke. Danke.